Ja, Hallöchen! Tagesimport Inspiration. Was inspiriert dich? Wo tankst du immer wieder Kraft? Das hier, das ist meine Inspiration. Ich liebe es zu fliegen, ich liebe Privatschats. Ich finde, das ist einfach was Wunderwunderwunderschönes. Das reicht einem sehr, sehr das Lieben. Und was inspiriert dich? Wo bist du glücklich? Wo gehst du auf? Wo gehst du immer wieder hin, um Kraft und Energie zu tanken? Was sind die Orte, wo du sagst, wow, das ist das Größte für mich, was es gibt, das macht mich glücklich, da schlägt mein Herz höher. Was sind diese Geschichten? Und schau einfach drauf, dass du sie dir immer und immer und immer wieder reinholst. Es ist einfach sehr, sehr, sehr wichtig. Der eine sagt Musik, der andere sagt Tanzen, Sonnenuntergang, und, und, und. Es können natürlich auch zig verschiedene Sachen sein. Ich habe auch zig verschiedene Sachen, die mich inspirieren, aber speziell natürlich auch hier am Airport in St. Moritz. Diese wundervollen Privatschats zu sehen, rein und raus zu fliegen, wir machen das auch regelmäßig. Und ja, es ist einfach traumhaft. Nirgendwo bist du auch dem Chat so nahe wie hier. Da unten geht jetzt gleich der nächste Chat los. Und du siehst ja natürlich wahnsinnige Maschinen. Diejenigen, die jetzt gerade raus sind, sind die kleine. Aber es gibt natürlich auch riesengroße, bis hin zu Boeing 737, Privatflieger. Auch absolute Hammer. Ja, gut. Die heutige Tagesinput dauert jetzt einfach mal kurz länger, weil ich möchte den Flieger da noch vorbeiziehen lassen, damit ihr das auch noch mitkriegt. Und dann ist für mich T-Time angesagt, später Wellness. Was machst du heute Schönes? Was inspiriert dich heute? Was macht dich glücklich? Was baut dich auf? Hier kommen gerade neue Gäste an. Bentley vom Carlton Hotel. Ja, und wenn du magst, lade ich dich herzlichst ein zum Seminar. Fang endlich an zu leben. Inspiration pur mit ganz, ganz, ganz vielen großartigen, wertvollen Imports. Nutz diese geile Chance. Das Einzige, was du bezahlst, ist die Hot-Röbe-Nachtung mit Frühstück. Seminar im Wert von fast 2000 Euro ist umsonst. Also Einladung an dich. Weil es gibt ganz, ganz klein Leben vor dem Tod. Guck mal, ist das nicht wunderschön? Ich finde es gewaltig, diese wunderschönen Flieger. Eine Person sitzt drin, winkt. Hier werden gleich andere Gäste abgeholt. So, dann wünsche ich euch noch einen coolen, coolen Sonntagnachmittag. Und vielen, vielen Dank fürs Kommentieren. Vielen Dank fürs Liken. Vielen Dank fürs in die Welt hinaustragen. Alles Liebe. Ciao. Bye, bye.